Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind wieder beim Festplatz hier oben. Letzt Mal habe ich mich in der Höhle unten ausgelockt. Genau, Jamila hat schon den Rahmen ein wenig fertig gemacht. Jetzt muss ich nur gucken, ich weiß nicht, möchte ich jetzt hier die Blöcke. Wollt ihr so ein Muster rein haben? Ich weiß nur noch nicht welches, ob die aus denen machen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hatte ich eigentlich noch Wabenblöcke? Hatte ich noch Honigwabenblöcke? Also Kupferblöcke haben wir jetzt mehr als genug hier rumfliegen. Nee. Das heißt, ich müsste wieder Honigwaben holen. Gut, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, der Panda hat sich da echt festgepackt. Ich habe das Gefühl, der kommt da nicht mehr raus. Er steht halt immer da oben. Der hockt immer oben auf dieser Fensterbank. Also entweder gefällt es ihm wirklich so gut da oben oder er hat sich festgepackt, aber ich... Normalerweise müsste er da runter kommen. Jetzt gucken sie dich ganz verwirrt an. Ich finde es cool, wie die einfach hier ihre Purze Bäume schlagen. Und da ist sie wieder weg. So schnell geht das. Komm, wir sorgen für Nachwuchs. Du ein bisschen. Du ein bisschen. Und jetzt Mini Panda! So. Gut. Ich wollte nach Honigwabenblöcken gucken. Ich mache schon wieder alles andere durch das, was ich machen wollte. Standard. So. Was kann ich euch erzählen? Ich kann euch erzählen, dass ich, ähm, Mittel und Wege gefunden habe, die Videoqualität zu verbessern. Das war nicht gut. Ich komme auf das Thema gleich zurück. Kleinen Moment. Oh je, äh, 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 äh. Ja, das kann passieren, wenn man nicht bei der Sache ist. Hier ist nichts passiert. Nichts. Hier ist nichts passiert. Sie können wieder gehen. Alles gut. Hier gab es keinen schrecklichen Unfall. Mann. Die beobachtet mich. Ich habe aus Versehen ein Feuerzeug benutzt, anstatt eine Schere. So, wir müssen Bienen züchten. Verdammt. Das ist ein Dreck. Ähm, genau. Ich habe rausgekriegt, wie ich meine Videoqualität verbessern kann. Das habe ich geschafft. Ähm, die hat ein bisschen gelitten. Das lag aber nicht an mir. Das lag an, äh, ja, YouTube. Ne? Sind immer die anderen. Wir kennen es ja, ne? In dem Fall stimmt es sogar. Genau, so war das. Also, die nächsten Videos, die sollten auf jeden Fall ein bisschen besser aussehen. Ein bisschen schärfer. Nicht mehr so ganz so pixelig. Genau. Ähm, so, jetzt gucken wir mal. Hatte ich hier noch irgendwo Honig reingeschmissen? Honigwaben? Ne. Ich muss hier unbedingt aufräumen. Ich muss hier unbedingt sortieren. Das sieht aus wie Sau hier unten. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Das können wir da schon mal reinschmeißen. Ähm, boop, 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 boop. Mach mal das denn. Also, die Honigwaben, die ich habe, die werden nicht reichen. Ah, vier Stück. Das ist nicht so viel. Ach ja. Ihr habt keine Ahnung, wo ich das hier geschmissen habe, das Zeug. Das wird sich bestimmt irgendwo unten in den Kisten finden. Ähm, hallo, Bienen? Könnt ihr bitte rauskommen? Ich wollte euch hier, ähm... Bienchen und Blümchen und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Hallo? Könnt ihr bitte rauskommen? Ja, jetzt wollt ihr da nicht. Naja, machen wir später. So. Danke, Xbox. Vielen Dank. Oh. Aufnahm läuft noch. Sehr gut. Den gehen wir nochmal rüber. Ah, Absturz. Achso. So, vielleicht. Ich bin mir nicht schlüssig, ob ich das so haben will. Ich habe keine Ahnung. Hm. Wir können es ja erstmal aus Erde bauen. Hm. So, vielleicht. Huch, was war denn das? Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Das war ein lautes Knarzen gerade. Ich weiß nicht, was es war. So. So. Ähm, dann haben wir es so gehabt. Dann machen wir den so. So. So, 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 so. Und so. Genau. Und dann hinten Decke auch nochmal. Ja, und dann ersetzen wir das halt nach und nach durch, äh, Honig-Waben-Blöcke. Und dann könnte das eigentlich ganz gut aussehen. Glaube ich. Oder? Vielleicht brauchen wir in der Mitte noch irgendwie was. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen würde das gehen. Guck mal, ob, äh, ob die Kupferblöcke reichen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, wir sehen es gleich. Wir haben aber, glaube ich, auch noch ein Stack in der Kiste. Da können wir auch gleich nochmal rausholen. So, dann machen wir die hier auch nochmal gleich zu. Genau. Hier noch. Ja. So. Ja. Doch, doch, doch. Das passt. Und jetzt halt in der Mitte, was mache ich da für ein Muster? Das ist jetzt die große Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ich brauche mehr Erde. Ich wollte eh die da hinten weg klatschen, dann können wir das grad machen. So. Uh. Das sollte nicht sein. So. So. So vielleicht. Da könnte man das hier noch so ein bisschen kürzen. So. Ich glaube, das wird gehen, oder? Gucken wir mal, ob das Kupferzeug hier reicht. Könnte eng werden. Wahrscheinlich nicht. Ah, nicht ganz. Doch, das sieht gut aus, oder? Ja. Wie gesagt, das in der Mitte wird dann auf jeden Fall noch durch, äh, die, äh, die, äh, entweder durch die Honigwabenblöcke oder durch was anderes ersetzt. Das weiß ich noch nicht. Aber so, das Muster würde ich jetzt nehmen. Das wäre okay. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Nächster Schritt auf der Tagesordnung wäre, äh, ich muss das Ganze hier aufschütten ein bisschen, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ja. Jamila hat wieder keine Ahnung worum. Die macht wieder geheime Sachen. Machst du wieder Geheimnisse? Super geheim. Hier. , mein fucking aspire Canadier? So. Einfach gestorben. Tja, so schnell könnte es gehen. So. Komm ich da wieder hoch? Ja. Dann hauen wir erstmal den Baum weg hier. Der ist mir ein wenig im Weg. Dann haben wir hier noch irgendwo einen Stamm drin. War glaube ich alles. Jameel haben eine Frage. Kann man Schnee platzieren? Geht das? Ja. Oh, das ist sehr gut. So. Das ist sehr gut. So. Fühlen wir das hier unten auch noch. So. 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 Wie viel Erde. Ich brauche nur für diese kleine Ecke hier ne. Das ist unglaublich. Naja. Aber so wird man sie los. Es wird wieder dunkel. Nein. So. 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 Schauen wir mal, wo die hier rumrennt. Aha. Was ist denn das? Das ist neu, das kenne ich nicht. Gibt es hier noch mehr? Es sind wieder Blöcke gesetzt worden. Aber das ist echt neu, das kenne ich nicht. Hallo? Ja, wie geht's? Hups. Das tut mir jetzt aber leid. Aber so, jetzt ist hier nix, nur das. Hm. Das müssen wir mal beobachten. Wer weiß, was hier geplant wird. Kann ich da eigentlich durchfliegen? Ja, kann ich. Richtiger Profi mittlerweile. So. Wo rennt die denn schon wieder rum? Macht wieder geheime Sachen. Er sagt nicht was. Ich finde die schon noch. Das sind eine Million offene Baustellen, aber keine Jamila. Das heißt, die fängt schon wieder eine neue Baustelle an. Ich glaube, hier oben waren wir noch nie, oder? Nee. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Hat sie sehr schön gebaut, ne? Sieht sehr, sehr cool aus. Nirgends. Geht dich gar nix an. Ähm. Nein. Boah. Das sieht geil aus. Wow. Ich bin kein schlechter Lügner. Alle Zuschauer können es bezeugen, dass ich nicht im Tempel bin. Beim Bergbau-Ding bin ich auch nicht. Ich sehe es auf jeden Fall, aber da bin ich nicht, ne. Sieht schon cool aus von hier, ne? Sieht schon sehr geil aus. Ich müsste die Sichtweite ein bisschen erhöhen eigentlich, ne? So. Was machen wir jetzt? Ich bräuchte Kupfer. Da könnte ich ja wieder in mein Loch zurückgehen. Mich da wieder verkriechen. Ein bisschen Kupfer abbauen. Au. Ja, ein klein bisschen Kupfer brauchen wir noch. Und dann können wir nochmal schnell bei den Bienen reingucken. Unten ist die Vollgeische wieder rum. Ne? Gehen wir erstmal zu den Bienen. So. Joa, dann habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht heute. Naja. Naja. Oh. Ich glaube, ich weiß, was Jovile hier macht. War das eben schon? Das war doch eben noch nicht da, oder? So. Sind die Bienen gerade anwesend? Ja, wunderbar. Dann vermehret euch mal bitte. Ich will hier wieder Nachwuchs bekommen. Ja. Ich mag die Playlist. Ähm. Hallo, kleine Biene, würdest du bitte mitkommen? Danke. Muss ja nicht sein, dass die jetzt da draußen rum flattert. So aus dem Nichts. Ich habe das Gefühl, der Bienenstock hier bringt gar nichts, ne? Oder es waren einfach zu wenig Bienen, das kann natürlich auch sein. Javila schleicht übrigens da draußen rum. Ich habe das Namensschild gesehen. Ja. Ja. Jetzt geht das wieder los. Jetzt bilde ich mir wieder Sachen ein. Genau. Ups. Da bin ich ein bisschen falsch geflogen. Na komm, jetzt gehen wir noch schnell ein klein wenig Kupfer holen. Ja, ja. Ich bilde mir Sachen ein. Ich bilde mir wahrscheinlich auch ein, dass jetzt überall Schnee liegt, oder? Mhm. Auf dem Geländer bei mir vorm Haus und so? Nee. Nichts. Hm. Da habe ich mich wohl verguckt, oder? Ich bin übrigens beruhigt, dass die, ähm, dass die Schneemänner noch alle am Leben sind. Was heißt da leider? Die leisten die Gesellschaft, damit ihr nicht langweilig wird. Die machen immer Party, immer gut drauf. Gibt es nichts interessantes zu sehen? Nee. So. Jetzt noch ein bisschen Kupfer wäre nicht schlecht. Spuck was aus Höhle. Spuck was aus Höhle. Spuck was aus. So. Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Nicht viele, aber ich habe noch welche dabei. So. So. Jetzt will ich ja mal eben schnell in den letzten fünf Minuten Kupfer holen. Jetzt gibt es hier nur Stein, oder wie? Mann, 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 Mann. Sieht auch nicht schlecht aus. Schön, wie es leuchtet. Wie die Sonne gerade in meiner Höhle ist. Ich gehe ins Licht. Oh, wie es strahlt. Ich gehe dem Ende entgegen. Es ist vorbei. Nein. Wie nein. Aber da war das Licht. Nicht. Nicht, die Lichtfolgen. Na gut. Dann baue ich weiter Steine ab. So. Schwieriges Rascheln, ey. Irgendwie kommt hier kein Kupfer. Ich weiß auch nicht. Naja. Immerhin wird der Tunnel länger. So. Gut. Dann würde ich mich aber verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal, ne. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.